Heute sprechen wir über TLC, Tension Lock Cut Fertig. Wir zeigen, wie wir in drei einfachen Schritten perfekt einen Kabelbinder auf die Leitung applizieren. Das funktioniert nur mit der patentierten Hellermann Titan Technologie, TLC. Auch Sie können davon profitieren. Willkommen in der Hellermann Titan Academy, dem Workshop für echte Profis. Wenn Sie zum ersten Mal auf unserem Kanal sind, dann abonnieren Sie uns jetzt. Drücken Sie die Klinge, wenn Sie auch in Zukunft Ihr Kabelmanagement optimieren wollen. Was bedeutet eigentlich TLC? TLC wird immer genannt in Verbindung mit Kabelbinderzangen, sogenannten Abbinde- oder Verarbeitungswerkzeugen. Um einen Kabelbinder mit einer Kabelbinderzange abzubinden, bedarf es nur drei einfache Schritte. Ich habe da mal was vorbereitet. Erst den Kabelbinder an die Leitung applizieren. Und jetzt die drei Schritte. Nummer eins, Kabelbinder wird angezogen. Tension. Und jetzt wird er gehalten. Lock. Cut. Abgeschnitten. Das Ergebnis ist absolut perfekt. Keine scharfkantige Überstände. Keine Verletzungsgefahr. Das ist TLC. Mit dieser Technologie haben wir das Arbeiten revolutioniert. Das ist nur eine von vielen verschiedenen Verarbeitungswerkzeugen. Die Evo 7. Wollen Sie noch weitere Informationen? Klicken Sie unten auf den Link unterhalb vom Video. Dort erfahren Sie auch, wo Sie die Evo 7 kaufen können. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir ein Like. Bis zum nächsten Mal in der Hellermann Titan Academy, dem Workshop für echte Profis.